Stefan Zweig Walter Rathenau Gesprochen von Peter Bocek 1922 Die Wasser der Zeit strömen zu rasch in unseren erregten Tagen, um Gestalt plastisch zu spiegeln. Das Heute weiß nichts mehr vom Gestern und wie Schatten gleiten die Figuren vorüber, die ein flüchtiger Zeitwille zur flüchtiger Macht berufen. Wer weiß heute noch die deutschen Kanzler des letzten Jahrzehntes, den Minister des Krieges mit Namen zu nennen, wer sich gar noch ihres geistigen Umrisses, ihres persönlichen Wesens zu entsinnen, obwohl sie, hierin verdächtig ähnlich dem Unglücksminister des Jahres 1870, Emil Olivier, Buch auf Buch türmen und sich geschäftig-geschäftlich mit ihren Erinnerungen konkurrenzieren. Aber nichts erlöst sie von der ephemeren Schattenhaftigkeit ihrer Wirkung. Keine Bildkraft hebt sie hinaus und über ihr bloß dokumentarisches Gewesensein. Kein einziger von allen den professionellen Diplomaten Deutschlands, selbst der tragische Schwächling Bethmann-Hollwig nicht, ist noch dem Bewusstsein der Welt als sinnlicher Umriss, als Persönlichkeit lebendig gewertig, indes jener Eine, der von außen kam, in ihre Welt nur ein paar Wochen in ihr wohnte, so voll den gespannten Raum mit seines Wesens Kraft erfüllte, dass er sich immer sichtbarer als Figur und Erscheinung vor den Horizont der Weltgeschichte hebt. Gerade seit ihn missleitete Leidenschaft von seiner Stelle stieß, steht Walter Rathenau am stärksten in Unvergesslichkeit deutscher Geschichte. Und sein Fehlen ist heute sinnlich fühlbarer als seiner Nachfolger unpersönliche Gegenwärtigkeit. Er war plötzlich aus einer scheinbar privaten Existenz an sichtbare Stelle gerückt. Aber er war schon immer da. Überall hatte man sein Wirken gefühlt, überall in Deutschland diesen erstaunlichen, überragenden Geist gekannt. Nur war diese Wirkung niemals eine einheitliche, zu einem nennbaren Begriff geschlossene gewesen. Denn jeder Einzelne kannte ihn aus anderer Sphäre. In Berlin hatte er lange, ja unerlaubt lange, bloß als der Sohn seines Vaters Emil Rathenau gegolten, des Elektrizitätsmagnaten. In Berlin, in der Heimat, war er immer der Erbe. Die Industrie kannte ihn aber längst als Aufsichtsrat von fast 100 Unternehmungen. Die Bankiers als Direktor der Handelsgesellschaft, die Soziologen als Verfasser kühner und neuartiger Bücher, die Höflinge als Vertrauensmann des Kaisers, die Kolonien als Begleiter Dernburgs, das Militär als Leiter der Rohstoffaktion, das Patentamt als Urheber mehrerer chemischer Erfindungen, die Schriftsteller als einen von ihnen und ein Theaterdirektor fand sogar nach seinem Tode noch ein Drama von ihm im verstaubten Schrank. Seine physische Gestalt, hochgewachsen, schlank, tauchte überall auf, wo geistige Kräfte in Regung waren. Man sah ihn bei den Premieren Reinhards, dessen Theater er begründen half, im Kreise Gerhard Hauptmanns ebenso wie in der Welt der Finanzen. Er fuhr von einer Aufsichtsratssitzung zur Eröffnung der Sezession, von der Matthäuspassion zu einer politischen Besprechung, ohne darin eine Gegensätzlichkeit zu fühlen. In seiner enzyklopädischen Natur war eben alle Betätigung und Bemühung, alle Problematik des Geistes und der Tatsachen zu einer einzigen tätigen Einheit gebunden. Von Ferne gesehen mochte solche Vielfalt leicht als universaler Dilettantismus beargwöhnt werden. Aber sein Wissen und Wesen war das Gegenteil aller Leichtfertigkeit. Ich habe nie etwas Stupenderes gekannt als die Bildung Walter Rathenaus. Er sprach die drei europäischen Sprachen Französisch, Englisch und Italienisch wie Deutsch, wußte ebenso genau unvorbereitet, in einer einzigen Sekunde das Nationalvermögen der Spanier abzuschätzen, wie eine Melodie aus einem bestimmten Opus Beethovens zu erkennen. Er hatte alles gelesen und war überall gewesen, und diese unerhörte Fülle von Wissen und Tätigkeit war nur zu erklären, wenn man die außerordentliche und in unserer Zeit vielleicht unerreichte Kapazität seines Gehirns in Betracht zog. Walter Rathenaus' Geist war von einer einzigen Wachheit und Konzentration. Es gab für dies erstaunliche Präzisionsgehirn nichts Vages, Verschwommenes. Sein ewig wacher Geist kannte keine Dämmerzustände von Träumerei und Ermüdung. Immer war er geladen und gespannt, mit einem einzigen Blinkfeuer überstrahlte er blitzschnell den Horizont eines Problems. Und wo jeder andere alle die vielen Zwischenstufen des professorischen Denkens bis zum Definitiven brauchte, da zündete bei ihm die diagnostische Entscheidung mit einem Schlag. Sein Denken war funktionell so vollendet, dass es für ihn eigentlich kein Nachdenken und kein Vordenken gab. So wie er ja auch in Rede und Schreibe ein Konzept nicht kannte. Rathena war einer von den vier oder fünf Deutschen im 70 Millionen Reich, ich glaube nicht, dass es mehr gibt. Die fähig waren, einen Vortrag, ein Exposé, eine Broschüre so klassisch reif vor dem Sekretär oder dem zufälligen Zuhörer zu sprechen, dass man sie mitstenografieren und ohne Änderung dem Druck übergeben konnte. Er war beständige Bereitschaft und unablässige Gespanntheit und eben weil ihm alles passive, träumerische und genießerische fehlte, beständig in Tätigkeit. Nur wer diesen Menschen aus dem Gespräche kannte mit seiner beispiellosen Geschwindigkeit des Begreifens, mit jener ungeheuerlichen und kaum fassbaren Abbreviatur aller Zusammenhänge, konnte das große Geheimnis seines äußeren Lebens verstehen. Dass dieser tätigste Mensch gleichzeitig derjenige war, der immer und für alles Zeit hatte. Nichts hat mich mehr an ihm erstaunt als die geniale Organisation seines äußeren Lebens, während solcher Vielfalt der Interessen dieses Freiseins und Zeithaben für alle und jedes bei unerhörtester Tätigkeit. Es war mein stärkster Eindruck, als ich ihn zum ersten Mal sah. Mein stärkster, als ich ihn das letzte Mal sah. Das erste Mal vor mehr als 15 Jahren, als ich nach längerer brieflicher Bekanntschaft ihn in Berlin anrief, sagte er mir am Telefon, er reise am nächsten Morgen für drei Monate nach Südafrika. Ich wollte natürlich sofort auf den doch gänzlich gelegentlichen Besuch verzichten, aber er hatte inzwischen schon zu Ende kalkuliert, die Stunden gezählt und bat mich, um viertel zwölf nachts zu ihm zu kommen. Wir könnten dort zwei Stunden angenehm verplaudern. Und wir sprachen zwei und drei Stunden. Nichts deutet auf irgendeine Spannung, auf eine Unruhe knapp vor einer dreimonatigen Reise in einem anderen Erdteil an. Sein Tag war eingeteilt, dem Schlaf sowie dem Gespräch ein gewisses Maß zugewiesen, das er voll erfüllte mit seiner leidenschaftlichen und unendlich anregenden Rede. Und so war es immer. Man mochte kommen, wann man wollte, dieser tätigste Mensch hatte für den gelegentlichsten Menschen Zeit bei Tag und bei Nacht. Es gab für ihn kein unerfülltes Versprechen, keine unerledigten Briefe, keinen vergessenen Anlass im Tumult seiner Tätigkeit. Und mit genau derselben bewundernden Stärke wie das erste Mal habe ich diese Genie seiner Lebensorganisation bei der letzten Begegnung gespürt. Es war im November vor einem Jahr. Ich sollte nach Berlin kommen, zu einem Vortrag, und freute mich schon wieder bei dieser Gelegenheit des gewohnten Gesprächs mit ihm, das mir eigentlich immer das wertvollste Erlebnis eines Berliner Aufenthaltes war. Da stand plötzlich in den Zeitungen die Nachricht, dass Rathenau jene politische Mission nach London übernehmen sollte. Mit einem Mal war er aus der privaten Sphäre in die Schicksalswelt des Deutschen Reiches erhoben. Selbstverständlich dachte ich nicht mehr daran, ihn in solcher Stunde zu sehen. Schrieb nur eine Zeile, ich wolle ihn in einem Augenblick, wo eine Weltentscheidung an ihn herantrete, nicht zu bloßem Gespräch behältigen. Aber als ich nach Berlin kam, lag als einziger von allen erwarteten Briefen anderer einer von ihm im Hotel. Er schrieb, es sei richtig, er habe wenig Zeit, aber ich solle nur Sonntagabend zu ihm kommen. Pünktlich war er zur Stelle und zwischen zwei Konferenzen im Reichsamt und zahllosen Erledigungen war er ganz Ruhe, Überlegenheit und Unbesorgtheit in rein abstrakten Gespräch. Und wieder zwei Tage später im Hause eines Berliner Verlegers, wo eine kleine Gesellschaft versammelt war, kam er abends um halb zehn herein, erzählte Dinge der Vergangenheit mit dem Gleichmut eines lässigen, sorglosen Menschen, plauderte dann noch weiter am Tag bis zur Königsallee, wo ihn die Kugel drei Monate später getroffen hat. Es war ein Uhr in der Nacht, man ging zu Bett, stand in den neun Morgen auf und da stand schon in den Zeitungen, dass Walter Rathen auch heute mit dem ersten Frühzug nach London zu den Verhandlungen gereist sei. So geschlossen, so funktionsbereit, so ewig wach war dieses Gehirn Rathen aus, dass er, vier Stunden vor Abfahrt zu welthistorischen Entscheidungen, die seinen ganzen Willen anspannten und über das Schicksal von Millionen entschieden, scheinbar lässig mit vollem Pflichtbewusstsein im plaudernden Gespräche ausruhen konnte, ohne Nervosität, ohne Ermüdung oder Abspannung zu verraten. Seine Überlegenheit war so groß, dass er sie nie und zu nichts vorzubereiten brauchte. Er war immer bereit. Diese Organisation, diese Fügsamkeit des Denkens unter den Willen, diese Vollendung des diagnostischen Geistes war sein Genie. Und das Tragische an diesem Menschen war, dass er diese Form seines Geistes wie überhaupt die Idee der Organisation nicht liebte. Dass er, in seinen Büchern hatte er es ja so oft gesagt, alle geistige wie materielle Organisation für unfruchtbar und sekundär hielt, solange sie nicht einem höheren, selbstlosen Sinn, irgendeinem seelischen diente. Und diesen Sinn hat er lange nicht gefunden. Er schrieb viel in seinen Büchern von der Seele und vom Glauben als einem Postulat. Aber man glaubte nicht recht diesem Tätigsten den Hymnus an die Kontemplation und noch weniger dem Millionär des Lob des geistigen Lebens. Und doch war eine tiefe Einsamkeit in ihm und eine große Unbefriedigtheit. Das bloß kumulative, das bloße Zusammenraffen von Aufsichtsratstellungen, der Trustwahn eines Tin oder Castellione als Selbstzweck, konnte für diesen überlegenen Geist keinen Reiz haben. Unablässig fragte er sich in die Welt hinein nach einem Warum und Wozu, nach einer überpersönlichen Rechtfertigung seines gigantischen Tuns. In dem untersten Wesen dieses intellektuellsten aller Intellektuellen war ein unlöschbarer Durst nach dem Religiösen, nach irgendeiner Dumpfheit des Fühlens, nach einem Glauben. Aber in jedem Glauben ist ein Korn Wahn, ein Korn Weltbeschränktheit. Und es war das Verhängnisrat hinaus, seine tiefste Tragik absolut wahnlos zu sein. Er war ein König Midas des Geistes. Was er anblickte, löste sich auf zu Kristall, wurde durchsichtig und klar, schichtete sich zu geistiger Ordnung. Nicht ein Senfkorn Wahn oder Gläubigkeit gab ihm Ruhe und Tröstung. Er konnte sich nicht verlieren, sich nicht vergessen. Er hätte vielleicht sein Vermögen hingegeben, irgendetwas zu schaffen, in erhabener Dumpfheit des Wesens, ein Gedicht oder einen Glauben. Aber es war ihm verhängt, immer klar zu sein, immer wach, sein eigenes herrliches Gehirn in sich rotieren und in tausend Spiegelstellungen funkeln zu fühlen. Darum war auch irgendeine geheimnisvolle Kühle um ihn, eine Atmosphäre reiner Geistigkeit, kristallenklar, aber gewissermaßen luftleerer Raum. Man kam ihm nie ganz nahe. So herzlich, so gefällig, so hingebend er war. Und sein hinrollendes Gespräch, wo Horizonte immer weiter und weiter sich wie Kulissen eines kosmischen Schauspiels auftaten, es begeisterte mehr. Als es wärmte. Sein geistiges Feuer hatte etwas von einem Diamanten, der die härteste Materie zu zerschneiden vermag und unzerstörbar leuchtet. Aber dies Feuer war in sich gefangen. Es leuchtete nur zu anderen und es wärmte nicht ihn selbst. Eine leichte, gläserne Schicht war zwischen ihm und der Welt, trotz oder eben wegen dieser geistigen Hochspannung um sein Wesen gegürtet. Man spürte diese Undurchdringlichkeit schon, wenn man sein Haus betrat. Da war diese herrliche Villa im Grunewald, zwanzig Zimmer für Musik und Empfang, aber keines atmete Wärme des Bewohntseins, hatte den Hauch von Erfülltheit und Rast. Da war sein Schloss Freinwalde, wo er die Sonntage verbrachte, ein altes, märkisches Gut, das er vom Kaiser gekauft, aber man fühlte es wie ein Museum und im Garten spürte man, dass niemand an den Blumen sich freute, niemand über den Kies ging und niemand ruhend im Schatten saß. Er hatte nicht Frau und nicht Kind, er selbst ruhte nicht und wohnte nicht. Irgendwo in diesen Häusern war ein kleines Zimmer, dort diktierte er dem Sekretär oder las seine Bücher oder schlief seinen kurzen, raschen Schlaf. Sein wirkliches Leben war immer im Geiste, immer in der Tätigkeit, in einer ewigen Wanderschaft. Und vielleicht hat sich das merkwürdig heimlose, großartig abstrakte des jüdischen Geistes nie vollendete in einem Gehirn, in einem Wesen ausgeprägt als in diesem Menschen, der sich im tiefsten gegen die Intellektualität seines Geistes wehrte und mit seinem ganzen Willen und seinen Sympathien einem imaginären deutschen, ja preußischen Ideal sich andrängte und doch immer spürte, dass er von einem anderen Ufer, von einer anderen Art des Geistes war. Hinter all diesen wechselnden, scheinbar fruchtbaren und immer großartigen Aspekten Rad hinaus stand eine furchtbare Einsamkeit. Er hat sie niemandem geklagt und doch hat jeder sie gefühlt, der ihn sah im Wettsturz seiner Tätigkeit und Geselligkeit. Darum war ihm, wie so vielen innerlich Vereinsamten, der Krieg eine Art Befreiung. Zum ersten Mal war diesem ungeheuren Tätigkeitsdrang ein Zweck außerhalb seiner selbst gegeben, zum ersten Mal diesem Riesengeist eine Aufgabe gestellt, die seiner würdig war. Zum ersten Mal konnte diese Energie, die sonst sich in allen Windrichtungen des Geistigen auswirkte, gebunden und zielstrebig in eine Richtung sich entladen und mit jenem unerhörten Falkenblick, der aus der verwirrtesten Situation sofort den Knotenpunkt wahrnahm, griff Rathenau damals in das grandiose Geflecht des Krieges hinein. Auf den Straßen jubelten die Leute, die Burschen zogen singend ihrem Tod entgegen, die Herren Dichter dichteten mit Volldampf, die Bierhausstrategen bohrten Fähnchen auf die Landkarten und zählten die Kilometer bis Paris und selbst der deutsche Generalstab rechnete den Weltkrieg nur nach Wochen. Rathenau, dem tragischen Klarseher, war es in der ersten Stunde gewiss, dass ein Kampf, in den die klarsichtigste, die englische Nation sich verstrickt hatte, ein Kampf auf Monate und Jahre hinaus sein musste. Und sein diagnostischer Falkenblick erkannte in der ersten Sekunde die schwache Stelle in der Rüstung Deutschlands. Den Mangel an Rohstoffen, der bei einer Blockade durch England notwendig in kürzester Zeit eintreten musste. Eine Stunde später war er im Kriegsministerium und wieder eine Stunde später begann er jene Kontingentierung der gesamten Rohstoffe im 70 Millionen Reich und baute das System des ökonomischen Widerstands gigantisch aus, ohne dass Deutschland wahrscheinlich schon Monate früher zusammengebrochen wäre. Es war wohl der erste Augenblick seines Lebens, in dem er seine Tätigkeit als sinnvoll und nicht bloß als zwanghaft empfand. Aber selbst jene Jahre wurden ihm bald tragisch überschattet durch die eigene Hellsichtigkeit, sein überlegener Geist, den keine Hoffnung leichtfertig beschwingte, den kein Wahn auch nur für eine Sekunde übertäuben konnte, der zu stolz war, um sich zu belügen, sah das tragische Schicksal des Krieges nach den ersten Fehlschlägen als unvermeidlich voraus. und musste es erleben, sich immer wieder von den Schwätzern und Schreiern, von den traurigen Helden des Siegfriedens überschrien zu wissen. Sein Buch »Von kommenden Dingen« 1917 als erste Warnung entsandt, zeigte Europa sein Schicksal für den Fall einer Fortdauer des Wahns. Es war ein Appell, den nur Torheit überhören konnte. Aber Wahn ist immer stärker als die Wahrheit. Und so musste er weiter mit schmerzhaft verbissenen Zähnen seine verschwiegensten Gedanken in sich vergraben, musste zusehen, wie die Torheit des Unterseebootkrieges der Irrwitz der Annexionisten sich austobte, musste schweigen, obwohl für ihn sowie für Ballin die Klarheit über den Ausgang eine beinahe Selbstmörderische ward. Und ebenso tragisch, klarsehend, mit dem vollen Bewusstsein der Vergeblichkeit, unbestechlich, hoffnungslos und nur pflichtbewusst ist dieser Walter Rathenau dann, Monate später nach dem Zusammenbruch, an die wenig begehrliche Stelle des Ministers, eines zerschmetterten Reiches getreten. Es war nicht Eitelkeit, wie so viele meinten, die ihn verlockte, sondern eine finstere Pflicht Entschlossenheit gegen sich selbst, gegen die Pflicht endlich einmal an der Größe einer Aufgabe, der sonst niemand gewachsen war, die eigene, ungeheure und noch niemals ganz ausgenutzte Kraft zu erproben. Er wusste, was ihm bevorstand. Die Mörder Erzbergers waren von ihren Münchner Gesellen gut geschützt und jeder Nachfolger dadurch stillschweigend ermuntert worden. Er wusste, dass ihm, dem Juden, eine politische Leistung und auch die größte nicht im gegenwärtigen Deutschland zuerkannt, wohl aber jede scheinbare Nachgiebigkeit zum Verbrechen gestempelt würde. Er kannte genau den hysterischen Gegenwillen Frankreichs und die verlogene Verhetztheit der alldeutschen Kreise, die sich gegenseitig Waffen in die Hände spielten. Er wusste alles und wusste wohl auch das Ende. Nicht als Empathiker des Gefühls wie die anderen, sondern als tragisch Wissender ist er an den Platz getreten, den ihm sein Schicksal wies. In diesen Tagen hat Rathena zum ersten Mal ein Maß für seine Kräfte gefunden, die Weltgeschichte als den wahren Gegenspieler für seinen grandiosen Geist. Zum ersten Mal konnte seine Tatkraft, sein Wille, seine Überlegenheit nicht an zufälliger kommerzieller oder literarischer Materie, sondern an zeitlosen Geschehnissen, an Weltsubstanz sich versuchen. Und selten hat ein einzelner Mensch sich dermaßen in seinem großen Augenblick bewährt. Genug der Anwesenden bei der Konferenz in Genua haben es mit Bewunderung erzählt, wie heroisch dort seine persönliche Leistung war, wie sehr er, der Vertreter des ungeliebtesten Staates alle Staatsmänner Europas zur Bewunderung zwang. Seine geistige Spannkraft hatte napoleonisches Maß. Er war von Deutschland über Paris gefahren, 58 Stunden im Waggon gereist, kam arbeitend an, nahm die Depeschen entgegen, kleidete sich um, machte zwei Besuche, ging ohne ein Zeichen der Ermüdung in den Sitzungssaal und hielt dort zwei oder drei Stunden seine große Rede. Dann begann eine Diskussion, ein Kreuzfeuer von technischen Fragen, das an seine Konzentration, seine Willenskraft, die höchsten Anforderungen stellte. Die Englischen, die Französischen, die Italienischen Delegierten fragten vorbereitet ihn, den Unvorbereiteten, Dutzende von Fragen in ihrer eigenen Sprache. Er antwortete unvorbereitet den Italienern italienisch, den Franzosen französisch, den Engländern englisch, blieb keiner Auskunft schuldig und kämpfte so stundenlang als Einzelner in einer Art Rösselsprung der Antwort von einem zum anderen. Als die Sitzung aufgehoben war, sahen alle im Saale auf, es war jener unwillkürliche Aufblick der Ehrfurcht, den der Gegner für den überlegenen Geist empfindet. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hatte das Ausland wieder vor einem deutschen Staatsmann Achtung gefunden. Zum ersten Mal seit Bismarck ein deutscher Diplomat durch sein persönliches Wesen imponiert. Und so wurde ihm auch das letzte Wort jener Konferenz gegeben, zu jener großartigen Rede am Ostersonntag, wo er, während zu Hause schon die Gymnasiasten in der Schulpause seine Ermordung berieten, den Ruf zur Besinnung, zur Eintracht Europas, mit der ganzen Leidenschaft tragische Überzeugung formte und sein letztes Wort das Pace Pace Petrakas war. Er hat einen raschen, einen guten Tod gehabt. Die dummen Jungen, die mit ihrer eingepeitschten Hinterhalts Heldentat dem deutschen Geiste zu dienen meinten, waren unbewusst im Einklang mit dem tiefsten Sinn seines Schicksals, denn nur durch das hingeopfert sein ward das Opfer sichtbar, das Walter Rathenau auf sich genommen hatte. Aber vielleicht ist die Nation mehr, um diesen Tod zu bedauern als er selbst. Welthistorische Gestalten soll man nicht sentimentalisch sehen und nicht ihnen lang gemächliches Leben und umhüteten Betttod wünschen wie braven bürgerlichen Familienvätern. Ihr wahres Schicksal ist nicht das persönliche, sondern das historische, das zeitlos bildsame und das liegt in wenigen großen Augenblicken beschlossen. Das höchste, das solchen Naturen verstattet ist, bleibt immer im Sinne Schopenhauers ein heroischer Lebenslauf. Rathenau hatte diese letzte, diese höchste Lebensform eben durch seinen Tod erreicht. Eine Stunde Weltwirken nur war ihm gegeben, die hat er groß genützt. Und ein Beispiel steht nun dauernd an der Stelle, wo flüchtig allzu flüchtig seine irdische Gestalt gestanden. Nie war er größer als in seinem Tod, nie sichtbarer als heute in seinem Ferne sein. Klage um ihn ist zugleich Klage um das deutsche Schicksal, das in entscheidender Stunde seine stärkste und geistigste Tatkraft verstieß und wieder hinabrollte in die alte verhängnisvolle Wirrseligkeit, Zeit in die wütige Ungeschicklichkeit seiner beharrlich unwirklichen und darum ewig unwirksamen Politik. Ü